Hallo und willkommen zurück zu meinem Selbstversuch. Ich dachte mir, zum Jahresende mache ich heute mal was anderes und zeige euch, wie meine Gesichtspflege in der Regel so aussieht. Ich bin jetzt in unserem Gästebad, weil im anderen Badezimmer die Waschmaschine läuft. Deshalb sieht alles ein kleines bisschen anders aus, ist für mich ein bisschen ungewohnt, aber ich fange damit an, dass ich mir das Gesicht ein bisschen wasche und dann mache ich ein- bis zweimal die Woche eine Gesichtsmaske drauf. Die zeige ich euch gleich. Ich wasche mir das Gesicht immer erst ab, bevor ich die Maske drauf mache. Und zwar benutze ich hier ebenfalls von Neutrogena die Visibly Clear Reinigung und Maske. Ich benutze allerdings nur die Maske, nicht die Reinigung und die Maske wie gesagt, auch nur ein- bis zweimal die Woche. Das mache ich meist vom Duschen. Und dann lasse ich die fünf Minuten einwirken. Und während sie einwirkt, putze ich mir immer die Zähne, um die Zeit zu vertreiben. Und ansonsten, wenn ich nicht diese Maske benutze, benutze ich ebenfalls von Neutrogena ein Waschgel. Und ich benutze das nicht im Zusammenhang mit der Maske, beziehungsweise nicht wegen der Maske, sondern ich benutze das, weil mir das mein Hautarzt schon vor längerer Zeit empfohlen hat, schon mal als ich das erste Mal dort war, von Neutrogena Visibly Clear Waschgel Pink Grapefruit. Und das benutze ich halt jeden Morgen und jeden Abend. Und diese Maske, wie gesagt, ein- bis zweimal die Woche, vorm Duschen meist. Und ja, so sieht das dann aus. Und da ich jetzt, wie gesagt, fünf Minuten Zeit habe, werde ich mir in dieser Zeit die Zähne putzen. Normal suche ich mir dann nach dem Zähneputzen meine Anziehsachen raus. Das habe ich jetzt eben schon gemacht. Ähm, von daher. Wie man das aus der Werbung kennt. Mit so einem kleinen Unterschied, dass ich den Scharnfasch da benutze. So, Zähne habe ich jetzt geputzt. Ähm, die Maske wasche ich mir unter der Dusche ab. Von daher nehme ich euch jetzt nicht mit, aber ich melde mich dann gleich zurück, wenn ich aus der Dusche wieder raus bin. So, da bin ich wieder. Ich trockne mich jetzt kurz ein kleines bisschen ab und dann bin ich zurück. So, jetzt bin ich geduscht. Ich mache mal noch den Ventilator aus. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem gut hören. Ähm, und zwar wollte ich, bevor ich jetzt die Maske aufsetze, euch noch was erzählen. Als ich im Sommer plötzlich angefangen habe, Akne zu bekommen, habe ich natürlich überlegt, woran es liegen könnte. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist, war, dass ich zu dem Zeitpunkt neues Haarshampoo und Spülung, ähm, gekauft hatte. Und jetzt bin ich umgestiegen auf ein komplett natürliches Produkt. Das ist, ähm, vegan, tierversuchsfrei und besteht wirklich nur aus natürlichen Mitteln. Man merkt natürlich, dass es, ähm, wirklich sehr natürlich ist. Es schäumt nicht ganz so gut, man muss relativ viel benutzen. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden damit. Ich habe einfach auch ein besseres Gefühl. Und, ähm, ja, wie gesagt, ich hatte den Verdacht, dass es eventuell im Shampoo liegen könnte. Und habe auch meine Zahnpasta gewechselt. Auch die, jetzt leider schon fast leer, ist, ähm, natürlich, ein natürliches Produkt. Aus Kräutern und Nanaminzöl gibt's beim DN. Das andere habe ich aus dem, äh, Alnatura-Laden. Und diese Zahnpasta ist nämlich Öko-Test-Sieger gewesen, oder zumindest hat mit sehr gut abgeschnitten. Und die Zahnpasta, die ich bisher benutzt hatte, war mit mangelhaft durchgefallen. Das war die, ähm, 3D-White von Blendamed. Und die habe ich nämlich damals angefangen zu benutzen, als ich das erste Mal Hautprobleme bekommen habe. Deshalb war, wie gesagt, meine Überlegung, auf natürliche Produkte umzusteigen. Und meine Haut ist ja jetzt auch besser geworden. Ich denke mal, natürlich ist hauptsächlich die Maske dafür verantwortlich. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die natürlichen, äh, Kosmetikprodukte, die ich jetzt benutze, ebenfalls dazu beitragen, dass es besser wird. Jetzt aber die Maske. Bin jetzt, wie gesagt, frisch geduscht. Wie gesagt, ist eigentlich überflüssig, weil ihr seht's ja. Dann steppsele ich die hier an. Schalte sie einmal ein. Und dann seht ihr, dass ich noch 6 Anwendungen verbleibend habe. Und damit es jetzt noch cooler aussieht, mache ich das Licht aus. Und während ich die Maske benutze, nach dem Duschen, föhne ich mich auch immer. So, meine Haare sind jetzt trocken. Und normalerweise passt das eigentlich immer ziemlich genau mit den 10 Minuten von der Maske. Deshalb rechne ich damit, dass sie auch jeden Moment ausgehen müsste. So. Mache mir einen wunderschönen Zopf. Und creme mir mein Gesicht mit dieser Creme ein. Ebenfalls Neutrogena Visible Clear. Tägliche Tagespflege, ölfrei, ganz wichtig. Auch die hat mir mein Hautarzt empfohlen. Also hat nichts mit der Maske zu tun. Die benutze ich jeden Morgen, nachdem ich die Maske benutzt habe. Und abends benutze ich das Duak-Gel, was ich halt vom Hautarzt gegen die Akne bekomme. Jetzt noch ein kleines Fazit zur vergangenen Woche. Also letzte Woche war ich ja nicht so zufrieden, weil ich einige neue Pickel dazu bekommen hatte und ich wusste warum. Die sind jetzt, mach die Haare nochmal zur Seite, größtenteils eigentlich weg. Ihr erinnert euch vielleicht an den hier über der Lippe. Sieht jetzt natürlich echt schlimm aus. Hier mit dieser wunderschönen Beleuchtung von oben. Sieht auch aus, als hätte ich ganz schlimme Augenringe. Ist eigentlich nicht der Fall. Aber sieht leider so aus. Ja, zumindest die anderen Entzündungen von letzter Woche sind eigentlich relativ gut weggegangen. Also wirklich sehr gut. Ich habe jetzt aber hier wieder eine neue Entzündung dazu bekommen. Und hier zwei. Aber ansonsten wird die Haut doch wirklich immer besser. Also sie wird sehr sehr glatt. Und es kommt immer darauf an, wie der Winkel ist, aus dem das Licht kommt oder wie ich jetzt in den Spiegel gucke. Manchmal sieht man es überhaupt gar nicht mehr, weil die Haut wirklich glatt ist und nur noch diese Pickelmale da sind. Aber auch die sollten ja durch die Maske weggehen, reduziert werden. Und ja, von daher werde ich sie natürlich weiterhin benutzen, euch Updates posten. Wir sehen uns im neuen Jahr. Euch allen einen guten Rutsch und bis dann.